Dieser prächtige, graue Fachwerkbau am Schlossplatz ist das kleine Schloss. Das kleine Schloss ist gebaut worden nach dem Dreißigjährigen Krieg, als auch in Wolfenbüttel vieles zerstört war durch August den Jüngeren und seine Kinder haben darin gewohnt. Man kann sich nichts Schöneres als Kinderzimmer vorstellen, als ein kleines Schloss. Im Laufe der Jahre haben sich viele, viele verschiedene Baumaßnahmen hier ergeben und es ist immer wieder geändert worden. Es ist größer gewesen, es ist dann auf kleineres zusammengebaut worden. Hier haben berühmte Leute drin gewohnt. Zum Beispiel hat hier Karl I. gewohnt und hat hier geheiratet, zusammen mit seiner Schwester. Die Schwester hat Friedrich den Großen geheiratet, er hat eine Schwester von Friedrich den Großen geheiratet und für diesen Zweck ist das Schloss nochmal ausgebaut worden. Und 1791 etwa waren die Herzöge so arm, dass sie es an private Menschen verkaufen mussten. Und in diesem Zusammenhang hat das dann auch einmal der alte Herr Seliger gekauft und bis 1951 hat seine Schwester hierin gewohnt. Heute ist das Haus im Privatbesitz und nicht öffentlich zugänglich. Herzlichen Dank an den Eigentümer, dass wir trotzdem einen Blick in den historischen Saal werfen durften. Aber das kleine Schloss war nicht nur für die jeweiligen Kronprinzen und Erbprinzen hier da, sondern wir haben zum Beispiel unter Anton Ulrich hier eine Ritterakademie gehabt. In dieser Ritterakademie war zum Beispiel auch unser Lügenbaron von Münchhausen. Im kleinen Schloss wohnten, lebten und lernten Menschen, die für die Geschichte unserer Stadt von Bedeutung waren.